Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Return of the Oberadin. Heute geht es weiter. Wir werden uns heute dem hier widmen. Ihm hier und ihm hier erstmal, deren beiden Namen rauszukriegen. Beziehungsweise den Namen von dem habe ich eine Ahnung, ein Educated Guest. Und bei dem brauchen wir tatsächlich den Namen. Vielleicht wird das ein bisschen schwierig sein, vielleicht schauen wir uns den anderen an, wer weiß. Aber hier möchte ich jetzt erstmal von dem das Schicksal wissen. Und das ist die letzte Erinnerung, in der er gesehen wurde. Also, was ist passiert? Oh, ich weiß, was mit dir passiert ist. Definitiv, das ist nicht viel Spielraum. Du bist gestürzt und zwar überbohrt und ertrank in den Fluten. Wahnsinnig wahrscheinlich bei dem. Gut, dann würde ich sagen, bei dem hier brauchen wir den Namen. Der hat elf Erinnerungen. Aber das ist halt ein Drei-Sterne-Typ. Und deswegen schauen wir uns mal an, ob es nicht vielleicht einen einfacheren gibt. Der hier möglicherweise, aber... Ja... Moment, mir fällt gerade auf. Hier, blablabla, blablabla. Lass mich runter. Genau, wo... Der Krake, wo ist meine Franzose? Ihr Mat wurde zerfetzt. Die Beste ist tot. Ja, nee, nee. Das wird schon das... Also, höchstwahrscheinlich stimmen. Den hier könnten wir uns anschauen, aber der ist auch ein Drei-Sterne-Typ. Ich suche aktuell noch nach Nicht-Drei-Sterne-Typen. Also, zwei oder ein Sterne. Aber ich glaube, die haben wir langsam abgearbeitet. Der ist sicher. Die alle sind sicher. Drei Sterne. Drei Sterne. Drei Sterne. Hier habe ich keinen übersehen. Nein. Der Fix. Der ist halt alles okay. Drei Sterne. Äh, du bist sicher. Drei Sterne. Drei Sterne. Äh, ich glaube, wir haben tatsächlich nur mehr Drei-Sterne-Typen. Ja, haben wir. Ja gut, dann würde ich sagen, might as well nehmen wir den hier. Weil, warum nicht? Weil wir wissen ja schon, dass der über Bord ging. Das ist... Neu... Eins, zwei, drei... Genau, die alle gingen über Bord und ertranken in den Fluten auf dem Boot. Die drei, genau. Der andere ging anders über Bord und ertranken in den Fluten. Die wurden verschlungen. Der lebt nachher noch. Oder ist... Ja, ganz... Der... Der ist überhaupt seltsam. Weil dessen letzte Erinnerung, kann ich mir mal kurz zeigen, ist die hier. Also, vielleicht verschwand er hier. Aber ich glaube, der hier... Ich meine, das könnten wir ganz kurz mal schauen. Das ist ja jetzt nicht wirklich... Wirklich ein Stretch. Was mit dem passiert ist. Vielleicht ist es auch besser, erst mal zu schauen, was sicher mit den Leuten passiert ist. Wobei... Ne, der ist ja verschwunden in dem Kapitel. Ich dachte vielleicht, was ist dann irgendwas nachher mit dem Geschäft. Aber... Ne, der ist ja verschwunden hier. Also, das ist das letzte Mal, wo er von irgendwem gesehen wurde. Oder wo er irgendwie mit dem Schiff Kontakt hatte. Weil ich glaube, es ist weniger das Gesehen, sondern vielmehr mit dem Schiff Kontakt. Genau, und hier ist er ja... Das lässt halt absolut überhaupt gar keine Schlussfolgerung zu, was mit ihm passiert ist. Das ist seine letzte Erinnerung. Und danach ist er einfach weg. Das heißt, mit dir könnte wirklich so ziemlich alles passiert sein. Unbekanntes Schicksal, das weiß ich nicht. Dann kümmern wir uns lieber um den Namen von denen, weil da bin ich mir relativ sicher, dass das Ertrank und Ertrank in den Fluten richtig ist. Also, wo ist deine letzte Erinnerung? Die ist hier, aber hier ist kein... Äh, hier irgendwelche Sachen. Von daher... Du bist hier auch zugegen gewesen. Interessant bei dem Mord an Dänen. Und da waren auch nur drei Leute zugegen. Von daher... Wobei, Moment. Gingst du über Bord und Ertrankst in den Fluten? Ja, doch schon. Aber vorher war das hier erst mal. Du bist höchstwahrscheinlich ein Matrose. Lasst mich rein, nur über meine Lampter. Keinen Grund zu ärgern, Jungens. Ab ins Boot. Ich weiß nicht, ob das vergessen. Du hast meinen Bruder im Mord oder was? War im Unfall. Die Tauere war nicht... Seine Schuld. Ich habe alles gesehen. Ich hätte nicht danach warten sollen. Nein, nicht. Ähm... Hm. Schwierig. Ich glaube, da kriegen wir wenig raus. Das hier mit dem Zimmermann von einer grässlichen Bestie durch Bord. Da waren nicht viele Leute zugegen. Er war einer davon. Ist das alles... Äh... Das war hier beim Bootsmannslager. Ich meine, wir schauen uns die Erinnerung einfach nur mal an, weil... Bessere Alternative sehe ich gerade nicht, als mir eine oder andere Erinnerung anzuschauen. Es gibt ja auch eigentlich keine wirklich bessere Alternative, wenn man sich so mal ganz ehrlich miteinander ist. Wo warst du? Du warst ganz unten hinten. Okay. Aber das hier übers Boot laufen, hier die Geräuschkulisse und das alles, ist doch schon ein bisschen beruhigend. Muss ich echt gestehen. Aber du bist da ganz hinten. Okay. Also der war hier auf dem Frachtdeck. Also vielleicht... Hat das irgendwas zu bedeuten. Du warst hier drinnen. Aber nee, du warst hier drinnen, wo die Spinne ist. Achso, bei der Spinnerinnerung warst du dann. All right. Das ist schon ein Stock geschwungen. Das hat jetzt, glaube ich, wenig. Du hast ein Schwert in der Hand, aber ich glaube, da ist es egal, wer ein Schwert in der Hand hat. Ja, nee, ich glaube, von dem hier kann man, glaube ich, echt nur raus vorbei. Du warst hier ein Zimmerer. Du warst... Bei dir wissen wir noch nicht, wer du warst. Bei dir wissen wir es auch nicht. Also hier wissen wir eigentlich gar nicht, wer wer ist. Das Einzige, wozu diese Erinnerung wirklich gut ist, ist zu sehen, dass der eine Typ gekopft wurde. Sonst... Naja. Okay, bei dir war er noch bei zugegen. Hebt an. Von der Teufel noch einer hier drüben. Ich meine, rein theoretisch, das könnte uns vielleicht helfen. Oh, das ist wieder am Hauptdeck. Ja, nein. Ja, nein, sag ich nur mal. Achso, hier ist die Tür. Das heißt, wieder den ganzen Weg nach oben laufen. Ja, hallo. Dankeschön. Und zwar bist du hier rechts, oder? Nee, nicht du. Du hier? Nee. Ja. Muss ja schon du gewesen sein. Mehr oder weniger. Ich glaube, die Position der Leichen ist nicht 100% genau eingetragen, aber... Okay, ihr seid alle einfach nur so ein bisschen... Ich meine, die sind jetzt nicht verwunderlich, aber... Hilft mir leider nicht viel. Wobei, das sind alles Matrosen hier, oder? Das sind alles Matrosen. Ausnahmslos. Naja, du bist ein Maßgast, aber du bist ja auch da oben offenbar gewesen. Aber sonst... Stromschlag, Maßgast. Du fällst da gerade runter, genau von der Erinnerung vorher. Von der hier noch. Aber das heißt, das sind hier alles Matrosen hier unten. Was ja dann eigentlich bedeuten würde... Dass unser Gesuchter hier... Auch Matrose sein müsste. Ich meine, klar. Wir haben noch ein bisschen viele Matrosen. Aber okay. Wir müssen zumindest... Er ist eine ziemlich große Sicherheit ein Matrose. Nur welcher Matrose... Ja... Das ist noch nicht so hundertprozentig klar. Du bist wahrscheinlich keiner von den Chinesen. Wobei, schauen wir uns dafür lieber das normale Bild an. Vielleicht bist du... Also... Das wird ein chinesischer Mat... Wen haben wir eigentlich bei den Matrosen noch offen? Wir haben zwei russische, einer Seralione... Und zwei Engländer. Weil du echt blöd bist, dass du offenbar wahrscheinlich vielleicht ein Chineser bist. Egal. Ihr beide könntet so... Ihr schaut so irgendwie russisch aus. Du könntest... Ihr beide schaut euch relativ ähnlich... Hier ist nicht zufällig jemand... Bruder... Dion Bruce... Nee, das ist alles andere Namen. Scheiße. Walker... Walker... Wolkov... Nee... Nee, nee... Nee, Schottler... Nee... Äh... Nee, Büt mit einem Masken. Nee... Das habe... Du wirst sicher Matrose sein. Jetzt ist halt die Frage... Ja... Hier sind... Ich meine, hier sind... Fuck. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Matrosen. Gut, einer ist ein unbekannter Matrose. Also vielleicht ist einer von denen tatsächlich unbekannt. Wahrscheinlich am ehesten du. Wobei, vielleicht ist bei dir unbekannt. Erschossen Pistole... Hm. Haben wir drei andere, die ziemlich sich... Zwei andere, die ziemlich sicher sind. Hier relativ sicher. Hier weiß ich nicht, wie sicher. Sonst... Äh... Puh... Ist gut des Käpt'ns Philipp Dahl, aber wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Das ist alles schon fix. Alles schon fix. Alles schon fix oder überhaupt noch nicht bekannt. Hier dritter Offizier. Bei dir wissen wir auch nicht, was passiert ist. Getötet von einem Unbekannten. Hm. Erdrosselt von dem hier. Oh, bei dir wissen wir, dass du von einem bestimmten Typen erdrosselt wurdest. Das Rufen. Oh, dann schauen wir uns doch erst mal dich noch an. Und wenn wir dich haben, dann versuchen wir ihn hier zu raten. Ist das nicht eine gute Idee? Kommt mir gerade so ein bisschen so vor, als ob das eine gute Idee wäre. Alles klar. In das Rufen ist deine letzte Erinnerung. Das ist die hier, wo klar, wo du gestorben bist. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die einfach noch mal an. Die ist hier draußen gewesen. Äh... Das Rufen Teil 4, Teil 3. Ähm... Ja, wie kommt man noch mal zu diesen, das Rufen Erinnerungen? Das, äh... Ist jetzt nur eine ganz interessante Frage. Drei, vier. Vier ist dann hier. Ach, schau mal einfach mal. Fuck it. Teil 4, genau, vier. Und jetzt müssen wir hier irgendwo zu Teil 3 kommen. Ach so, ja. Wir müssen jetzt einfach nur den richtigen finden. Zwar... Den hier, der der drosselt wurde. Keine Ahnung, wer das ist. Schau einfach mal den hier an. Ach, scheiße. Ich bin ja ein Idiot. Ich kann ja mit E. Aber das ist E. Gott sei Dank, da habe ich das richtig erwischt. Okay, du bist kein Native English Speaker. Shoot them for God's sake. Genauso hat sich das angehört. Das heißt... Du wurdest definitiv von dem hier niedergerungen. Und wir wissen schon, du bist definitiv E. Bang Sia. Und du wurdest erdrosselt wahrscheinlich. Weil totgeschlagen könnte auch sein. Er schlagen stimmt aber definitiv nicht. Totgeschlagen könnte auch noch möglich sein. Aber ich glaube eher... Wobei, totgeschlagen könnte echt sein. Aber totgeschlagen ist, glaube ich, eher mit einem Knüppel. Er drosselt ist eher das, was er ist. Du hast definitiv ein bisschen einen Akzent. Und du stehst direkt neben dem Steward des ersten Offiziers und des dritten Offiziers. Vielleicht bist du auch einer der Stewards vielleicht. Irland oder Indien. Du schaust nicht... Du schaust wie der Inder aus. Du bist der Schiff-Steward. Und du hier bist... Der Steward des zweiten Offiziers. Irland könnte sein... Oder bist du ein unbekannter Steward? Oder du bist der hier und wurdest aber tatsächlich von ihm totgeschlagen. Oder... Äh... Hat der ein Messer oder sowas? Oder du bist einfach von ihm niedergerungen. Du bist von ihm niedergerungen. Was könnte denn auf Niedergerungen passen? Unbekannt, begraben, durchbohrt, erdrosselt, erschlagen, getötet, Messer, geköpft, gestürzt. Zack, leisch, überbohrt, ne. Krankheit, Selbstmord, Stromschlag, verbrannt, vergiftet, verstorben, verzehrt, zerfetzt, zerquetscht, zerfetzt und zerrissen ist bei... Zerrissen wird aber nicht stimmen. Ich glaube schon, dass durch hier aus hier erdrosselt von Itbangsia... Oh Gott, wo ist der jetzt wieder? Itbangsia stimmt. Vielleicht, aber... Vielleicht ist der andere doch Paul Moss... Was haben wir für... Wobei, Paul Moss haben wir doch hier durch dieses... Achtung, Paul, also ist das mit relativer Sicherheit schon... Das müsste korrekt sein. Außer es ist nicht erdrosselt. Allerdings ist es... Ist das doch erst der Zweite, der korrekt ist, oder? Ich bilde mir nämlich gerade ein, dass der andere hier bei... Verderben, wo ich nicht sicher bin, was mit dem ist, der hier war. Der hier war. Charles Meiner von der Bestie zerfetzt. Von der Bestie zerrissen. Nein, Charles. Von der Bestie... Äh... Zerfetzt, gestürzt, geköpft, explodiert, ertränkt, getötet, erschossen, erschlagen, begraben, aufgespießt, am Leben... Am Leben, glaube ich nicht, erschlagen, nee. Nee, es muss eigentlich so zerrissen oder zerfetzt gewesen sein bei dir. Außer du bist natürlich hier doch, wie ich gedacht habe, kurz Louis Walker, der Engländer. Aber dann ergibt das mit dem anderen Typen nicht viel Sinn. Ja, nee, du bist schon der Franzose, du Pisser. Nur was ist mit dir passiert? Du wurdest aber nicht zerquetscht. Du bist zerfetzt oder zerrissen. Ich glaube aber eher zerfetzt. Wobei zerrissen ist ja in zwei Teile und zerfetzt ist eher... Wobei kann zerfetzt nicht auch in zwei Teile sein? Keine Ahnung, zerrissen würde auch passen. Definitiv. Keine Ahnung, wie viel haben wir denn jetzt einigermaßen safe? Also bei dir ist einigermaßen safe, wobei das mit dem Namen halt noch so die Sache ist. Du könntest rein theoretisch auch hier aus der Neu-Guinea sein. Oder ein unbekannter Marsgast. Nee, du wirst vielleicht schon eher der sein, der ist Persien. Äh, unbekannte Seele, Trunk in den Fluten. Ja, scheiße. Nee, das heißt, wir haben jetzt aktuell einen. Zwei vielleicht. Und den zweiten und dritten muss man jetzt so mehr oder weniger gleichzeitig versuchen. Und das bist aber du, Stuart, des zweiten Offiziers. Das dritten ist Fix. Hier ersten, Paul Moss, der ist glaube ich auch ziemlich Fix. Aber, nee, bei dir wissen wir ja noch nicht, aber bei dir wissen wir den Namen Fix, oder? Hier, Stuart. Schiff Stuart wurde von der Bestie durchbohrt. Vielleicht ist das ja nicht korrekt. Soldaten der Meere Teil 7. Durchbohrt. Aber durchbohrt hört sich da schon korrekt an. Vielleicht wurdest du auch aufgespießt. Ja, aber du wurdest, glaube ich, eher durchbohrt und bist dann langsam gestorben. Verzehrt, zerfetzt, verbrannt, vergiftet, zerquetscht. Nee, ich glaube, durchbohrt ist hier schon korrekt. Außer natürlich, ihr beide seid die jeweils anderen. Und hier du bist der Inder und du bist nicht der Inder. Aber Schiff Stuart, dass der so ein bisschen eher abseits stehen würde, würde ja auch eigentlich auch passen. Also haben wir den hier relativ fix und den hier relativ fix. Bei dem wissen wir es nicht genau, wer... Nee, eigentlich... Bei dem wissen wir eigentlich alles und trotzdem ist es falsch. Fick dich einfach nur. Du wurdest halt... Wurdest du... Fuck, ich dachte, jetzt habe ich es kurz. Ah, dammit! Scheiße, ich werde hier richtig aggressiv. Schottland, bist du der Schottische, der zerfetzt wurde? Aber nee, du musst der fucking Franzose sein! Du musst der fucking Franzose sein! Weißt du was? Fick ich. Fick es jetzt alles. Ich schaue mir jetzt jede Erinnerung mit dir an. Fick die alle. Fick den, der hier... Von dem erdrosselt wurde. Oder auch nicht. Vielleicht wurdest du auch von ihm totgeschlagen. I don't know. Vielleicht bist du nicht der, sondern... Nee, der ist... Des Käpt'ns bist du nicht. Warum ist der des Käpt'ns noch offen? Wo ist denn der des Käpt'n? Warum ist der des Käpt'n noch offen, mehr oder weniger? Wo ist denn der des Käpt'n? Halt, halt, Moment. Stuart des Käpt'n. Doch, Philipp Dahl. Der ist der, der weggeführt wurde. Doch, mit relativer Sicherheit. Ich meine, rein theoretisch könnte... Vielleicht bist du... Wobei, du schaust nicht wirklich wie ein Inder aus. Du schaust eher so aus... Ja, wie ein Schwede könnte hinkommen. Aber vielleicht bist du der Schiff-Stewart. Nur mit dir wissen wir noch nicht, wer passiert ist. Aber wichtiger ist... Vielleicht bist du der Stuart des Käpt'ns. Vielleicht bist du der Schiff-Stewart. I don't fucking know oder care. Aber vielleicht... Ist der ja... Der ist Stuart des ersten Offiziers. Der ist Paul. Der hier könnte ernsthaft Schiff-Stewart sein. Oder der hier ist Schiff-Stewart. Und wurde vielleicht von ihm erdrosselt. Und du bist dafür der... Stuart des Samuel Gelling. Nee, du wirst schon... Nee, der... Der schaut doch irgendwie so ein bisschen aus wie ein Irre eher. Finde ich jetzt persönlich. Und mal wieder... Und erdrosselt wird auch stimmen. What the fuck? Einfach nur. Okay, wisst du was? Wir schauen dich jetzt einfach nochmal weiter an. Wir schauen die restlichen Erinnerungen durch. Und die nächste Erinnerung von dir ist... Nach der ist... Die direkt hier nach vorne. Das ist die von dem Typen. Nein, nicht von dem. Nein, nicht von dem hier. Genau. Genau. Keep rowing! He may goa lai ya! Bicha! Where is he? Where? Something there! I see it! Give us a weapon! Shoot! Mike and I! Pick up the oars and row you fools! Steward des zweiten Offiziers. Würde es aber nicht Sinn machen, wenn der Steward des zweiten Offiziers dort ist, wo der zweite Offizier auch ist. Du wurdest durchbohrt, aber ich habe keine Ahnung, wer du bist. Aber hier war doch auch irgendwo dieses O'Hogan. Wissen wir schon... Ah, du bist O'Hogan. Okay, wir wüssten schon, wer O'Hogan ist. Du bist höchstwahrscheinlich ein Matrose. Wobei, nee, bei dir wissen... Bei dir wissen wir es ja schon, dass du O'Hogan bist. Bei dir wissen wir nur, dass du wahrscheinlich auch ein Matrose bist. Genau wie all die anderen hier in der Reihe. Und vielleicht bist du genauso wie der Neppels. Auch sein Landsmann. Der Neppels war... Keine Ahnung, wer der war. Egal, fuck it. Ein unbekanntes Schicksal. Naja, weil du wahrscheinlich dann überle... Nee, du überlebst... Ich überlebe dir keiner, oder? Nee, ist komplett... Aber der kann doch nicht überleben eigentlich. Erinnerung. Erinnerung. Verschwunden. Nee, verschwunden in das Rufmesser. Ah, fuck my life. Okay, das ist definitiv nicht einfach. Aber wir wissen ja schon, wer der Stuart des vierten Offiziers ist. Oh Gott, das... Heute geht es irgendwie nicht gut. Du wurdest hier von dem hier... Bist du hier gestorben? In der aktuellen Erinnerung. Nee, du bist verschwunden. Das heißt, du wurde... Bist du in einem der nächsten Erinnerungen, ist die Frage. Nö, du da... Also es geht hier gerade um den hier, der eventuell der Russe ist. Du bist nachher nicht mehr gesehen worden. Das heißt, das hier war das Letzte, was man an dir gesehen hat. Ja, ganz offensichtlich. Das heißt, hier bei das Rufen... Bei dir hier würde ich einfach mal sagen, du wurdest... Ich würde sagen, du wurdest mitgenommen. Aber das gibt es ja nicht wirklich. Vielleicht dann, du wurdest ertränkt. Von einer Bestie ertränkt oder verzehrt. Die Sache ist, viele der Sachen sind wahnsinnig schwierig. Ich sage jetzt mal, ihr beide... Wobei, bei dir, weiß ich nicht, umgekommen in Flucht Teil 3. Aber bei dir wissen wir noch nicht... Oder wissen wir bei dir schon, wer dich getötet hat? Wissen wir schon, wer das ist, der hier getötet hat? Möglicherweise, weil hier, wir kennen schon so gut wie jeden, der da involviert war. Vielleicht wissen wir da schon den Angreifer. Dann schauen wir uns erst mal den hier an. Von einem unbekannten Angreifer erschossen. Weil vielleicht können wir, wenn wir den Angreifer ausmachen, da den Namen ausmachen. Oh Gott. Echt schwierig. Okay, du bist aber hier der Typ gewesen. Ja gut, dann müssen wir hier wieder weg. Ja. Es ist echt, echt kompliziert. Bei manchen Sachen jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem richtigen Kasus Knackus. Wie man so schön sagt. Wo echt so ziemlich alles passieren kann. Beziehungsweise, wo die Namen echt jeder sein kann. Du wurdest von der erschossen. Wir wissen ja schon, dass das Emily Jackson ist. Das heißt, du wurdest definitiv von Emily Jackson erschossen. Das wissen wir zu 100%. Du wirst von Emily Jackson erschossen. Und du bist, sagen wir mal, der Russe. Oder der andere Russe. Aber bei dem anderen, ertränkt Bestie, könnte durchaus möglich sein. Versuchen wir mal das und versuchen wir jetzt hier mal, da durchzugehen. Du könntest, ähm, totgeschlagen, erschlagen, aufgespießt, erschlagen, erschossen, getötet, ertränkt, hört sich gut an. Ähm, vergiftet, vergiftet könnte sein, rein theoretisch, aber ich glaube nicht. Du wurdest viel wahrscheinlicher ertränkt oder verzehrt von einer Bestie. Oder es ist andersrum. Du bist Nikitsch und... Ne, haben wir das gerade schon nicht gemacht? Du bist Nikitsch. Genau, und dann geht es nämlich immer auf unbekannt. Und du bist Toporov und du wurdest nicht verschlungen, sondern ertränkt. Vielleicht bist du auch über Bord gestürzt. Und bist Nikitsch. Und du bist Topov. Oder Toporov. Scheiße. Also, unter der Voraussetzung, dass entweder der hier oder der hier... Oder... Oh, Moment, Paul Most ist unbekannt. Hier kommen Fluchtheil 2. Oh, ne, die sind ja... Weil du der bist. Das heißt, wir können... Hm. Das ist jetzt echt doof. Das ist jetzt echt doof. Das heißt, wir müssen definitiv den Typen wissen, bevor wir den wissen. Scheiße. Scheiße. Okay, das ist jetzt... Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen Kacke. Wenn wir den hier wissen müssen. Also, ich weiß nicht genau, wer das ist. Muss ich echt zugeben. Ich hab no idea. Du wirst ein Matrose sein. Das ist höchstwahrscheinlich. Welcher von den Matrosen... Kann ich echt nur raten. Das ist jetzt raten wie... Sau. Ich mein, wir könnten rein theoretisch dich jetzt mal nachschauen. Aber... Komm. Das ist einer der letzten. Wir können jetzt von hinten nach vorne rein theoretisch gehen und schauen, ob wir den nicht rausfinden. Du wirst ein Marsgast sein, welcher... Sehr schwierig. Echt schwierig, teilweise. Es wäre halt geil, wenn wir da hier schon den Angreifer hätten. Also, von daher... Wisst ihr was? Ich jetzt versuchen werde. Da ich glaube, dass der Perser mit dem Hut höchstwahrscheinlich korrekt ist. Höchstwahrscheinlich. Werde ich bei denen jetzt einfach die ganzen Matrosen durchgehen. Unbekannter Matrose bei dem. Und unbekannter Matrose bei dem. Jetzt werden wir uns hier einmal die Russen. Also Nikitsch. Weil die sind definitiv beide dieselben. Du bist nicht Nikitsch. Bist du dann eventuell Toporov. Weil das ist ja der Typ. Der wurde von dem hier getötet. Das sieht man auch an dem Bart. Weil wer sollte es hier sonst sein mit dem Bart? Keiner. Weil der ist es nicht. Der ist es sicher auch nicht. Weil der wurde ja getötet. Und der ist es... Nee, der hat Haare auf dem Kopf. Okay, also das ist definitiv dieselbe. Also Toporov ist er nicht. Vielleicht bist du Diom. Also alles vorausgesetzt, dass... Das mit dem anderen stimmt. Vielleicht bist du... Diom. Nee, bist du nicht. Dann bist du vielleicht der Engländer. Einer Engländer. Vielleicht bist du Booth. Wie John Wilkes Booth, der irgendeinen Präsidenten getötet hat. Nein, nicht Shirley. Booth. Nein. Bist du dann eventuell George Shirley? Bitte sag, du bist George Shirley. Vielleicht bist du George Shirley oder einer der anderen. Aber du bist... Nee, aber dann muss ja, weil Paul... Let's doch schnell. Hey, Paul, Achtung, Stopp, lass sie gehen. Nein, verdammt. Aber das muss der Typ sein. Weil sonst heißt keine Sau auf dem ganzen Schiff Paul. Und alle anderen haben wir fix. Alle anderen haben wir fix. Und keiner heißt Paul. Außer dem hier. Vielleicht ist der Paul. Aber ich glaube nicht. Weil Paul war ja hier der... Paul ist ja der Steward. Und was macht der Steward da oben? Das ergibt keinen Sinn. Das heißt, das muss Paul sein. Du wurdest getötet mit einem Schwert. Sieht man hier ganz offensichtlich. Außer ich sehe halt irgendwas hier tatsächlich nicht ganz offensichtlich. Wir schauen noch mal ganz kurz die Erinnerung an. Wir schauen noch mal ganz kurz die Erinnerung an. Vielleicht... Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Nein, move quick. Hat da nicht gerade einer gesagt... John! Oder hat er gesagt... Stopp, lass... Lassen Sie sie gehen. Du bist Paul. Alles andere ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Weil du definitiv nicht Paul bist. Weil wir dich schon kennen. Du bist nicht Paul. Für die allen anderen ergibt es keinen Sinn. Wenn Paul gesagt wird... Außer für dich. Aber du bist Henry Evans. Unser Auftraggeber. Nee, du wirst... Du wirst hundertprozentig nicht Paul sein. Das heißt... Du wurdest mit dem Schwert getötet. Von dem. Hundertprozentig. Du wurdest getötet mit dem Schwert. Definitiv. Und dann muss ich den Typen herausfinden. Vielleicht ist das hier nicht der Perser. Sondern ein anderer Maßgast. Möglich. Vollkommen möglich. Aber ja... Matrose... Du bist doch ein Matrose. Vielleicht kann ich... Aber du fandest auch ein unbekanntes Schicksal. Also... Es ist alles nicht easy. Aktuell stecke ich echt so ein bisschen in der Bredouille. Aber ich muss alle bis auf fünf Schicksale rausfinden. Bevor ich hier runtergehe. Weil sonst kann ich das Spiel nicht mehr abschließen. Glaube ich. Oder bin ich mir jetzt ziemlich, ziemlich sicher. Sag ich mal. Dann würde ich sagen... Wir gehen nochmal von hinten. Vielleicht dürfen wir uns nicht... an einem speziellen Fest beißen. Sondern müssen einfach schauen. Mein rein theoretisch. Jetzt haben wir ja aktuell... Ihn hier. Also... Stuart des zweiten Offiziers. Samuel Gelling. Der hier wurde von dem erdrosselt. Das ist allerdings nicht fix, dass du der Stuart des zweiten Offiziers bist. Theorie... Wobei doch ziemlich fix. Du wirst nicht der Stuart des Käptens sein. Weil das höchstwahrscheinlich Philipp Dahl ist. Und du hier von der wrestling Bestie durchbohrt. Du bist auch schwierig mit nur vier Erinnerungen. Aber wer weiß. Vielleicht... Vielleicht bist du... Kurs halten aus. Die sprechen von seltsamen Dingen. Von Monstern. Oh! Der kann chinesisch. Der kann chinesisch. Und ist wo auf dem Foto? Hier. Du wirst ein Marsgast sein, der wahrscheinlich chinesisch kann. Das heißt, du bist wahrscheinlich ein chinesischer Marsgast. Du wirst einer von den beiden sein. Du wirst einer von den beiden sein. Welcher Marsgast fehlt uns sonst noch außer dem hier? Außer dem hier... Den wissen wir... Der hier könnte der andere Marsgast sein. Geköpft, Bestien. Schauen wir mal. Li Hong. Und hier du der andere. Vielleicht bist du Li Hong. Und du der andere. Nice! Ja! Ich habe gerade irgendwie seltsame Handbewegung den Masturbieren erinnern gemacht. Aber ja! Freude! Du! Rassismus zahlt sich aus. Ähm... Oder... Nicht aus dem Kontext nehmen, bitte. Du bist der Marsgast ebenfalls aus solchen Gründen. Du bist der Typ. Nice! 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 Geil! Und 45 Schicksale-Trophäe habe ich gerade bekommen. Vorhin schon. Geil! Das heißt, wir wissen inzwischen... Wir haben tatsächlich nicht mehr allzu viele. Das ist gut, weil das bedeutet... Dieses eine miese französische Hurenkind. Aber das bedeutet ja wirklich, jetzt müssen wir uns wirklich nur an die Schweren ranwagen. Beispielsweise an den hier oder an den hier. Bei den beiden haben wir schon versucht. Das ist nicht gut gegangen. Nächstes Mal schauen wir uns die Erinnerung von dem Wichser an. Wobei... Wobei... Das muss der Bootsmannsmart sein. Das muss der fucking Bootsmannsmart sein. Vielleicht ist das nicht. Und ich bin einfach nur komplett... Aber... Maschinen... Äh... Nee, das muss der fucking Bootsmannsmart sein. Das muss der Bootsmannsmart sein. Wir schauen uns nächstes Mal trotzdem die fucking Erinnerungen von dem Bootsmannsmart an. Auch wenn ich... Auch wenn ich weiß, dass das der fucking Typ ist, werde ich dennoch... Dennoch... Dennoch werde ich mir die Erinnerungen von dem anschauen. Alle. Jede einzelne. Inklusive seiner letzten. Diese eine, die wir gefühlt jetzt schon mindestens, mindestens fünf, wenn nicht sogar zehnmal oder öfter angeschaut haben. Während wir uns die anschauen, weil... Ich meine, tat... Tatowiert. Mein rein theoretischer könnte ein russischer Marsgast sein. Weil... Keine Ahnung. Vielleicht. Aber wer wäre dann der französische Bootsmannsmart? Wer wäre der französische Bootsmannsmart, der von der Bestie zerrissen wurde? Der hier. Der hier wäre der französische Bootsmannsmart. Der hier wäre der französische Bootsmannsmart, der von der Bestie zerrissen wurde. Der hier ist es. Ist nicht so wahnsinnig unwahrscheinlich. Ich meine, der hier ist Marsgast, ja, bla bla. Aber dass der hier der Bootsmann smart ist und von der Bestie zerrissen wurde, ist nicht unwahrscheinlich. Wenn man bedenkt, dass das hier ein Marsgast ist, dass das hier ein Marsgast ist, dass das hier alles Matrosen, smutige Schlachter sind. Warum der dann der Bootsmann smart sein sollte, ist unwahrscheinlich. Da ist es doch viel wahrscheinlicher. Wir haben übrigens inzwischen tatsächlich nur mehr zwei Seiten an Auswahl. Und ein paar davon sind unbekannt. Also langsam geht's gut. Das heißt, du wirst, weil ich meine, so Tattoos würde ich jetzt eher Russen zuschreiben. Sei mal wieder mal ganz hier politisch unkorrekt, aber... Du bist wahrscheinlich der russische Marsgast, der hier noch offen ist. Ich meine, haben wir dich jemals irgendwo sprechen gehört? Das könnten wir auch noch mal nachschauen, ob wir dich jemals sprechen gehört haben. Aber dann ist... Und ich wollte es eigentlich sagen, dann wird der hier, wenn der gesagt... Was waren seine genauen Worte dann später? Hier. Lassen mich los, der Kake, wo ist mein Franzose? Der Kake ist fort, ihr Mat wurde zerfetzt. Hier wird eins zu eins gesagt, Mat wurde... Mat wurde zerfetzt. Vielleicht bist du Charles Mayner, der Bootsmannsmat. Der Bo... Wir wissen, wer der Bootsmann ist. Wir wissen hundertprozentig, du hier, Alfred Klesdiel, der Typ ist hier der mit dem Bootsmannsmat. Jetzt schauen wir mal, ob der eventuelle Bootsmannsmat nicht häufig mit dem Bootsmann in einer Erinnerung ist. Hier ist er in einer Erinnerung mit ihm. Hier ist er in einer Erinnerung mit ihm. Hier ist er nicht in einer Erinnerung mit ihm. Dafür der, aber dafür ist der... Ja gut. Hier ist er ausnahmsweise mal nicht in einer Erinnerung mit ihm. Hier ist er in einer Erinnerung mit ihm. Hier ist er nicht in einer Erinnerung mit ihm. Okay, also aktuell... Hier ist er auch nicht in einer Erinnerung mit ihm. Hier wieder schon. Hier auch wieder. Hier ebenso. Okay, die Evidence. Hier ebenso, aber gut, in der Erinnerung sind gefühlt alle anwesend, weil hier alle... Weil das hier gezeichnet wurde, hier unten, während der gehängt wurde. Also ist es relativ logisch, dass da alle anwesend sind. Hier in der Erinnerung ist er nicht in einer Erinnerung mit ihm. Und in seiner ersten Erinnerung ist er auch nicht in einer Erinnerung. Aber dann schauen wir uns erstmal die ganzen Erinnerungen von dem an, würde ich sagen. Wo er in einer Erinnerung mit ihm ist. Und schauen wir, ob die nicht in der Nähe sind und irgendwie sich austauschen. Einmal würde reichen. Gut, hier wissen... Hier wissen wir ja schon, wie es ausschaut. Aber hier beispielsweise nicht. Hier. Genau, das schauen wir mal. Passagier durch Bord. Durch Bord. Alright, raus damit und dann nach unten. Was zur Hölle? Okay. Diese Erinnerung, schauen wir uns an. Die ist direkt hier neben. Und schauen... Dammit. Ich drücke immer einmal zu viel rechte Maustaste. Weil das der Bootsmann Smart hier... Ja, das würde auch Sinn ergeben, dass er der Bootsmann Smart ist. Weil der ist tatsächlich der Einzige, der noch eventuell... Von dem wir nicht sicher wissen, dass er nicht zerrissen wurde. Bei dem wissen wir halt gar nichts. Aber das könnte halt sein, dass es so gedacht ist, dass wir von Bootsmann erfahren. Weil wir haben halt... Seine letzte Erinnerung zeigt halt nicht, wie er stirbt. Das heißt, wie er stirbt, muss in Dialog oder so preisgegeben werden. Das würde auf diese Art und Weise durchaus Sinn ergeben. Und wer von euch beiden... Ich glaube, ihr seid die hier genau. So. Und bei der Erinnerung schauen wir uns auch nochmal ganz gut an. Ja, du bist hier... Ja, ihr... Der... Es schaut sehr danach aus, als würde der hier superweisen, was er hier macht. Viel mehr als die anderen. Das heißt, du wirst Charles Meiner sein. Und dadurch, dass du chinesisch kannst, wirst du der verbleibende chinesische Marsgast sein. Davon haben wir ja nur mehr einen, oder? Oder nee, wir haben gar keinen mehr. Wir haben gar keinen chinesischen Marsgast mehr, was echt beschissen ist. Vielleicht bist du der unbekannte Marsgast. Möglicherweise. Schau mal, warum mal vielleicht bist du der unbekannte Marsgast. Nicht Matrose, Marsgast. Ist möglich, weil ich glaube, wir haben aktuell nur zwei, korrekt. Aber ja. Vielleicht bist du noch der letzte Marsgast. Kann sein. Vielleicht bist das auch du. Vielleicht bist du auch der... Wann wurdest du eigentlich erschossen? Mordteil 2. Alle gleich. Ergib dich. Wir können... Tja, ähm... Ich bin mir aktuell wirklich nicht sicher, was manche der Typen haben, betrifft. Beispielsweise... Nein, falsch. Beispielsweise bei ihm hier... Äh, bei ihm hier weiß ich halt nicht genau. Bei ihm hier. Unbekannter Marsgast. Möge sein, möge nicht sein. Moment, ich frage mich gerade kurz. Ne, unbekannt Stuart, unbekannter Marsgast, das ist nur für mich, glaube ich, weil da steht keine Nummer bei, dass ich nur sage, okay, der wird ein Marsgast sein oder der wird ein französes, äh, äh, Ding sein. Allerdings weiß ich hier absolut nicht. Unbekannter Offizier. Ich glaube, das ist tatsächlich nur für mich gedacht. Das heißt, du wirst der Marsgast höchstwahrscheinlich sein. Denn rein theoretisch könntest du auch der Maber sein, aber du schaust nicht so aus wie Neu Guinene, äh, nur Neu Guinenea. Da schaust eher du so aus. Ja. Na gut, aber bei der Erinnerung, glaube ich, können wir jetzt auch nicht mehr. Wir haben also bestätigt, dass der hier wahrscheinlich der Typ ist. Alles klar, dann würde ich sagen... Warte, macht ihr hier vielleicht alle dasselbe? Du bist Matrose. Du bist ebenso Matrose, das weiß ich. Du bist... Ne, du bist... Bist du nicht auch... Bist du Matrose? Ja, du bist auch Matrose. Du bist Matrose, das wissen wir, aber wir... Hier sind alle vier einfach Matrosen und wir wissen schon, dass die vier Matrosen sind. Sonst hätte ich daraus jetzt meine Schlüsse ziehen können. Bei dir wissen wir ja auch inzwischen schon, dass du Matrose bist. Du bist höchstwahrscheinlich der dritte Offizier. Du bist der Typ, der später über Bord stürzt und der hier. Und die beiden sind... Moment, irgendwelche Berufsgruppe war doch für... Hier verantwortlich für Frachttransport und so, oder? War das nicht hier der... Nicht Zimmermann Schiffs... Nee, hier, Steuermann-Finnerich. Zahlmeister Fracht. Verantwortlich für die Fracht. Also Zahlmeister kümmert sich um die Fracht. Also Zahlmeister, wissen wir schon, wer die Zahlmeister alle sind? Frage ich mich gerade, weil theoretisch könntest du Zahlmeister... Nee, wir wissen schon, Zahlmeister und alles. Nee, das heißt, ihr werdet einfach Matrosen sein. Ihr beide. Vielleicht seid ihr beide die russischen Matrosen und ihr beide die Engländer. Auch wenn es mit den Bärten eher so ausschaut, als ob ihr die... Wobei... Versucht mal, dass ihr beide die Engländer seid. Vielleicht klappt das ja. Shirley, dann bist du vielleicht Booth und du Shirley... Oh, bitte, sag das richtig. Fuck. Versuchen wir jetzt nochmal, die Russen auszutauschen. Weil ich glaube, wenn die schon denselben Bart haben, dass die auch selbe Landsleute sind. Ich meine, es könnte mich natürlich versuchen zu foolen, aber wird's wahrscheinlich auch. Na gut, dann schauen wir uns nächstes Mal an. Wir haben jetzt zumindest wahrscheinlich geklärt, dass der mit dem Tattoo nicht der Bootsmanns Mat ist, sondern der andere. Aber ja, dann würde ich sagen, nächstes Mal schauen wir uns nochmal vom Ende her an. Versuchen vielleicht den hier rauszukriegen, der ist in 14 Erinnerungen dabei. Wobei, in 14 Erinnerungen dabei ist ja eigentlich nicht gut. Ich sollte jetzt Leute suchen, die in wenig Erinnerungen dabei sind, weil bei denen muss ja relativ easy zu erkennen sein, wer das ist. Also eigentlich sollte ich tatsächlich wahrscheinlich von vorne anfangen. Oder? Weil hier, ich glaube, hier ganz vorne haben wir alles fertig, oder? Also, vor das... Ne, hier beim Mord war noch was. Hier, das haben wir alles. Aber hier, bei dir wissen wir noch nicht genau. Aber du hast nur zwei Erinnerungen. Also, bei dir wissen wir auch, außer wenn dich der erschossen hat, wissen wir eigentlich, wer dich erschossen hat. Weil bei allen anderen sind wir uns... Wissen wir es oder sind uns ziemlich sicher. Außer bei dem hier, aber naja. Gut, dann würde ich sagen, wer du bist, schauen wir uns das nächste Mal an. Der ist vor dem Fenster. Eine Etage tiefer. Ja, dann würde ich sagen, das nächste Mal... Der heutige Part war ziemlich lang. Sorry, falls ihr das nicht eh geil findet. Aber ja. Ich würde sagen, heute standen wir ein bisschen auf dem Schlauch. Auch nicht allzu viel. Dafür haben wir heute die drei Viertel, also 45 Schicksale geknackt. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Nächstes Mal werden wir dann was... Nächstes oder übernächstes Mal, schätze ich mal, werden wir damit fertig, dass wir nur noch die fünf Schicksale, glaube ich, war das... Wie viele Schicksale sind es nochmal hier im Kapitel? Occasion, also Geschäft, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weil hier ist keine Conclusion. Also, fünf Schicksale. Das heißt, wir brauchen noch zehn. Weil 45, 60 sind es, 55. Zehn Schicksale brauchen wir noch. Die werden wir uns das nächste Mal anschauen. Und bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Return of Dobradin. Und tschüss, Leute! Denn wenn wir uns das... Dann wieder wenn... Vielen Dank.